Das familiäre Umfeld und die tollen Kollegen sind mir extrem wichtig und wer Vollgas gibt im Volk, kann richtig durchstarten. Meine Erwartungen an die Lernenden sind, dass sie das, was sie im Alltag lernen, umsetzen und natürlich das KUVA bestehen. Die Lernenden dürfen im ersten Lehrjahr schon selbstständig Bestellungen machen und an der Kasse arbeiten. Ich lege einen sehr grossen Wert auf eine solide Grundausbildung und dass die Lernenden im Alltag, was sie gelernt haben, umsetzen. Die Laufbahnplanung ist eine super gute Sache. Wenn unsere Lernenden Vollgas geben, können sie eine Karriere machen bei uns im Volk. Mein Favorit ist eindeutig der Frucht-Gemüse-Kurs. Das Frucht-Gemüse zeigt Frische und ist wie Seitenkarte eines Lebensmittelladens. Ich bin wahnsinnig stolz auf unsere 400 Lernenden im Volk. Deutlich sofort bewerben, um das Unternehmen und den Volk zu lernen.